Aus Landburg jeweils zu Erinnern, Klasse 57 Kilogramm, Shamil Gassir gegen Ludwig Weiss. Klasse 61 Kilogramm, Kering Verchicci gegen Paul Rotowski. Klasse 66 Kilogramm, Rasile Dobreya gegen Heinz Manette. Klasse 66 Kilogramm, Oskar Sokczak gegen Scott Gottschling. Klasse 75 Kilogramm, Dada Smagomedov gegen Christian Schiffer. Klasse 45, Luciano Testas gegen Robby Kek. Klasse 86 Kilogramm, Jamil Ertuganov gegen Timo Schweiker. Klasse 86 Kilogramm, Chambulat Gassir gegen Soltan Jepp. Klasse 98 Kilogramm, Pascal Mistinger gegen Valery Vekessa. Und in der Klasse bis 130 Kilogramm, Oskar wiederholt gegen Frank Gehrer. Klasse 98 Kilogramm, Wolfgang Gehrer. Bitte beide Mannschaften wegzutreten nach dem fünften Kurs.